Ja, Fabian, 34-25 Sieg, ganz klar gegen Linz. Einmal dein erster Eindruck gibt, wie das erste Heimspiel von Libisch heute auch gelaufen ist. Ja, mit dem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein. Wir haben bis auf die kurze Phase, Anfang zweiter Halbzeit, eigentlich relativ solide gespielt. In der Deckung brauchen wir noch ein bisschen, da ist die Feinabstimmung oft noch nicht so da. Da sind wir einen Schritt zu spät oder nicht aggressiv genug im Angriff, muss ich sagen, und dann in der zweiten Welle läuft das schon ganz ordentlich und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Was war eigentlich der Grund, dass ihr euch zweimal im Spiel wieder sensationell in Führung gekämpft habt? Die Linzer waren zweimal knapp dran mit einem Tor, aber was war der Grund, dass ihr euch da wieder so klar absetzen habt können? Wir haben Anfang zweiter Halbzeit einfach im Angriff sehr chaotisch gespielt und ohne Disziplin und dementsprechend das auch in die Deckung mitgenommen und waren dort auch einfach immer einen Schritt zu spät, haben dann Sachen gemacht, die wir eigentlich in der Kabine gesagt haben, dass wir es nicht mehr machen müssen. Und dann beim Diamond haben wir das nochmal angesprochen, Ruhe rein gebracht und dann eigentlich unseren Plan und das, was wir machen wollten, durchzogen. Ja, dann gratuliere zum Sieg. Danke. Danke, ciao. Danke.